auf jeden fall bin war ich letztes mal youtube natürlich unterwegs es kann man keine videos mehr ihr fragt euch jetzt das liegt einfach daran was kein bock auf jeden fall hatte ich kein bock ich hatte nämlich echt kein bock nee aber ich hatte einfach kein bock um video zu schneiden ich habe einmal kein bock auf jeden fall hatte ich wahrscheinlich kein bock und das liegt daran dass ich meinen videos sagen wir mal etwas mit der qualität etwas verbessern will darum kam und ich darum kann auch kein virus und ich muss noch die videos von meinem freund schneiden darum kam nicht mehr so lange wie das natürlich müsst ihr auch bei meinen zweiten kanal vorbei gucken grasso marten weil da sind sagen wir mal etwas mehr videos aufgekommen natürlich auf diesem kanal auch aber sagen wir mal bei dem anderen kanal sind zwar nicht mehr videos aber es kommen irgendwie wir sagen einfach mal es ist mein zweiter gaming kanal der richtigen kanal der wird noch kommen damit keine angst haben aber das wird noch ein bisschen dauern mit dem richtigen geben kann dann will ich noch mal sagen erstens ich bin wieder da alles aus mal 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 Wow 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 Musik Musik Ja, ja, ja. Musi chicas umarmen, ein paar sind im Wein, so viele Fanboys und Fagos, die struggeln und zittern allein in der Anwesenheit. Kopieren die Sprüche, kopieren mein Style. Wenn ich sie da so stehen sehe, würde ich sagen, niemals würde ich das so kombinieren. In einem Nagel, neuem R8, wow.